Denn I'm Mr. Brightside Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin wieder zurück und ich melde mich direkt mit einem relativ ernsten Thema. Aber mit einem ziemlich guten Video und einem guten Beitrag, würde ich sagen. Und zwar haben es vielleicht einige mitbekommen. Vielleicht kennt ihr den YouTuber Sascha Ruber. Er ist ein Fitness-YouTuber, den ich schon ziemlich lang verfolge. Und er hat jetzt eine Aktion ins Leben gerufen, und zwar die 1-Million-Liegestütz-Challenge. Bei der werde ich heute mitmachen. Und zwar geht es darum, dass er 1-Million-Liegestütze sammeln möchte von der ganzen Fitness-Community. Es müssen also so viele Liegestütze wie möglich am Stück gemacht werden. Und dann landet pro Liegestütz 1 Cent in den Spendentopf. Was am Ende dann 10.000 Euro wären, wenn alles gut klappt und 1-Million-Liegestütze gesammelt wären. Und zwar sterben täglich mehrere Kinder an den Folgen des Hungertods. Und dafür werden die Spendengelder zusammengesammelt. Schaut es euch einfach mal an. Schau hin. Schau ganz genau hin. Tief in die Augen eines Kindes. Sieh seine Hoffnung. Und auch unsere. Wer auch immer sie ist, wo auch immer er lebt, jedes Kind verdient eine Kindheit. Deshalb gibt es UNICEF. Für jedes Kind. An jedem Tag. Auf der ganzen Welt. Um die zu erreichen, die kaum zu erreichen sind. Um denen zu helfen, denen niemand hilft. Wir machen weiter. Egal was passiert. Und geben nie auf. Bist du an unserer Seite. An meiner Seite. An meiner Seite. So. Und Sascha ist echt ein extrem sympathischer Mensch. Seine Videos sind ultra gut. Guckt euch die gerne an. Und da bin ich mir auch sicher, dass die Spenden wirklich dort ankommen, wo sie auch hin sollen. Deswegen mache ich da mit. Ich bin nicht so in meiner stärksten Form im Moment. Aber mit 40 war ich echt zufrieden. Und ich hoffe, das klappt jetzt auch. Viel Spaß. Mir ist eben auch so aufgefallen, wie nice meine Frisur aussieht. Aber darum sollte es jetzt nicht gehen. Ich fang an. Und ich hoffe wirklich, dass ich 40 Stück schaffe. Ich werde wirklich alles geben. Bis zum Muskelversagen. Und dann. Mehr konnte ich auch nicht machen. Das war jetzt schon anstrengend. Jetzt habe ich 40. Ich glaube, ein paar mehr gehen sogar noch. Aber das ist jetzt schon hart. Das ist übrigens erlaubt. Ihr dürft nur nicht absetzen. So sollten jetzt 40 Stück gewesen sein. Jo Leute, ich melde mich hier nochmal. Ich dachte eigentlich, man könnte nur YouTuber nominieren. Aber es geht auch auf Instagram. Da habe ich mich ein bisschen falsch informiert. Auf jeden Fall nominiere ich jetzt den lieben Mitya. Mitya Rose. Hier ist sein Instagram Account und sein YouTube Account. Der wird auch einiges schaffen. Ich schätze mal so 60, 70 müsste er eigentlich hinkriegen. Dann nominere ich noch Felix. Hier ist auch sein Instagram Account. Der wird das auch hoffentlich auf Instagram machen. Und den lieben Florian. Da bin ich auch mal gespannt, wie viel er hinkriegt. Ich werde mich auch nochmal persönlich bei allen melden. Und hoffe natürlich, dass sie mitmachen. Und ihr alle könnt auch lieben gern mitmachen. Ist eine gute Aktion. Ja.